hallo zusammen ich habe hier wieder mal eine reparatur eines kühlschranks und der kunde sagt er läuft und nach 24 stunden geht einfach aus ja wir haben den angeschaut und das erste markante ist der wurde dann auch noch verlängert mit der kühlleitung und dann denke ich mir immer wenn hier oben die leitung so dick isoliert ist dann hat das ein spezialist gemacht weil wenn hier jemand so dick isoliert wieso isoliert jemand weil es hier vereist und auf dieser leitung darf auf der ganzen leitung bis zum kühler gehabt darf kein eis entstehen wenn hier auf dieser leitung eis entsteht ist zu viel kältemittel drin wenn zu viel kältemittel drin ist vereist es hier es kühlt hier auf der leitung und das ist ein falscher ort kühlen muss es im kühlschrank und dann braucht auch dieser kühlschrank zu viel strom weil er hat durch am falschen ort kühlt wir haben jetzt ziemlich kältemittel abgelassen ja so dass noch genügend drin ist und dann schauen wir uns das hier an und hier ein datenaufzeichnung abhängen wir sehen jetzt hier wie er gelaufen ist hier morgen kurz abgehängt er läuft schön über mehrere tage durch also gestartet am 26 2 läuft er jetzt hier auf maximum um die ein grad also nicht dass er nach 24 stunden plötzlich aussteigt warum dieses aussteigen wenn ja dieser kompressor zu viel kältemittel drin hat weil ein spezialist das gemacht hat dann habe ich einen zu höhen druck auf dem kühlsystem und dann kann der kompressor nicht mehr starten dann muss die spannung noch ein bisschen absinken und ich vermute dieser kühlschrank hat zu wenig spannung und ihr wisst drei sachen brauchen kühlschrank seine ist ein bisschen pflege das wäre super zweitens er braucht luft wenn dieser kühlschrank noch ein bisschen schlecht verbaut ist und er kriegt keine luft dann braucht er viel strom läuft lange und kühlt auch dann zu wenig obwohl wir genügend leistung haben für so keine größe kühlschrank und ans dritte ist er braucht strom schaut wegen spannungs abfall wie viel spannungs abfall hatten kühlschrank also spannungs abfall messen bevor ihr irgendwas repariert war das ist die erste frage die ich stellen werde wenn ihr hier anruft wie groß ist der spannungs abfall das heißt hier auf 12 volt oder dann gucke ich mir diese drähte an das ist irgendwie 1,5 quadrat kabel und dann schaue ich schon weiter wie dick ist hier die zuleitung wie lang ist die zuleitung und messe ich hier an 12 volt wenn der kompressor steht und dann messen wenn er läuft und dann darf ich nur eine differenz haben von einem halben volt ja dieser kühlschrank das ist der hier hat es paar sonden sechs sonden also verdrahtet weil der kühlschrank eben angeblich nicht läuft hier ist noch original eine wanne drin also ein kleiner kompakter kühlschrank da mache ich euch einen link wenn ich irgendwo schon ein video gedreht habe sonst im katalog drin findet ihr diesen kühlschrank das ist der 47 truck weil ursprünglich kommt dieser kühlschrank aus dem lkw sektor wurde original bei volvo verbaut und original seht ihr hier dass das kühlaggregat hinten dran hängt bei dem die ich hier habe ist das kühlaggregat extern verlängert und ist dann irgendwo optional hinten dran auch hier vom stromverbrauch her bei fünf grad innen 25 grad außen braucht er 8 watt und 12 watt bei 32 grad außen also circa ein ampere strom also ampere stunden strom in der stunde 70 watt ist die spitzen aufnahme des kompressors die maße habe ich hier unten natürlich auch hier das ist der aktuelle katalog und hier gibt es auch optionen wir haben 230 volt vorgangsschaltung kupplungen für externes aggregat und längere leitung bei diesem kühlschrank haben wir jetzt 230 volt das habe ich dann hier so ein stecker dran hier setzen schweizer stecker dran original haben wir heute ein euro stecker also zwei polig und was nicht auf und eben die längere leitung standard ist nur so eine kleine kurve auf wunsch können sie den haben bis zu zehn meter weg und auf wunsch mit kupplung und neu bieten wir diese elivel thermostaten an mit externer leitung dann kann ich hier schauen wie warm ist es im kühlschrank ich kann das gerade genau einstellen kostenpunkt 120 schweizer franken als aufpreis diesen katalog hier den verlinke ich höre ich natürlich unten drin kein thema dann mache ich euch hier einen link über den spannungs abfall bitte so nicht weil ihr wisst kühlschrank braucht drei sachen strom luft und ein bisschen liebe drei sachen braucht der kühlschrank das video vom unterspannungsschutz und hier noch ein video über den gleichen kühlschrank hier und thema ist immer wieder die frage nach auszugskühlschrank mache ich euch ein video hier unten ich wünsche euch einen schönen tag